Ich habe meine Predigt heute überschrieben, Salbung, die was kosten wird. Salbung, die was dir und mir was kosten wird. Die Bild spricht, dass wir Kinder Gottes, die Salbung auf uns haben, das wissen wir. Wir haben die Salbung, die Bibel sagt uns sehr viel darüber. Was bedeutet das? Was heißt gesalbt zu sein? Was heißt für dich persönlich von Gott, von dem Heiligen Geist gesalbt zu sein? Und was bedeutet Salböl bei der Salbung? Wir haben bestimmt schon viele Geschichten gehört aus der Bibel. Die Menschen wurden gesalbt, die Könige, die Propheten. Und was bedeutet das? Was ist das? Das Wort Gottes beschreibt, dass das Salböl als Mittel für die Heiligung oder Absonderung oder einfach auf die Seite zu stellen und für Gott absondern. Etwas auf die Seite zu stellen. Das war, also das ist das, was die Bibel sagt. Heiligung oder Absonderung. Das ist nichts, kein mystischer irgendwelche Ritual, sondern es ist ganz bewusst die Sache oder Gegenstände oder Menschen auf die Seite für Gott stellen. Also das war ganz normal damals im Allentestament und wir lesen, wie Gott zu Moses gesagt hat, dass er alle Gegenstände in der Stiftshütte, als Moses die Stiftshütte gebaut hat, dass alle Gegenstände auch gesalbt werden sollen. Zum Beispiel der Brandopferaltar, der Tisch, der Leuchter, der Räucheropferaltar und alle Geräte, die da im Haus oder im Zelt waren, soll er alles salben. Es soll alles Gott geweiht sein. Auch Aaron und seine Söhne sollen gesalbt werden, damit sie vor Gott die Priester sind, die Gott jetzt ausgesucht, auserwählt und für ihn sollen sie auch Opfer darbringen. Dieses Salböl dürfte auf keinen Menschen einfach so ausgegossen werden. Nur auf das, was ganz bestimmt für Gott geweiht wurde. Dieses Salböl war von verschiedenen bestimmten Kräutern gemischt, die Gott bestimmt und gesagt hat, aus diesen vier Substanzen und das fünfte war das Öl, das Olivenöl. Und das war die Substanz, mit der jetzt alles gesalbt im Zelt oder auch die Menschen gesalbt wurden. Salböl dient damals für alle als sichtbares Zeichen der Absonderung oder für Gott geweihte Menschen, wie gesagt. Und das war sehr, sehr wichtig für Gott. Warum war das so im Alten Testament? Warum sagte es Gott, dass es so sein soll? Es war sehr wichtig damals, weil das Volk Israel, sie kamen als Sklaven aus Ägypten und sie haben damals auch den Götzen, die Schreine, die Häuser gebaut. Alles, was die Ägypter ihnen sagten, sie sollten es tun, ob die Pyramiden sie gebaut hatten, damals wissen wir nicht. Aber vieles haben sie getan und es waren die Häuser der Anbetung für die Ägypter. Und die Israeliten waren mit dabei, sie mussten es tun und darum wussten sie nicht, wie lebt man jetzt heilig? Baut man das Zeug da mit oder tut man es nicht oder was macht man da? Und da musste Gott damals durch Moses, als sie an den Berg Horeb kamen, ihnen nochmal ein Gesetz gegeben und ihnen sagen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Was heilig vor Gott war und was nicht heilig ist. Und darum sogar auch, wir lesen aus dem dritten Buch Mose, was auch sie essen durften damals, was Unreines nicht und was Reines, Vögel oder die Tiere. Es war ganz normal eine Vorschrift Gottes. Okay, nach der Begegnung, sie mussten das wirklich klar wissen und sie haben auch das befolgt. Und das war sehr wichtig für das Volk Israel oder heute für den Juden, was er ist oder was er nicht. Es ist so fest eingraviert, eingegeben und die wissen, was heilig vor Gott ist und was nicht heilig ist. Und es ist so wichtig heute zu wissen, wie es Gott Moses gesagt hat. Und wir lesen das im zweiten Buch Mose, Kapitel 40, um Vers 9 bis 15. Da hat Gott dieses Gesetz oder Gebot dem Volk Israel gesagt. Und du sollst, er spricht ganz konkret zu Moses, und du sollst das Salböl nehmen und die Wohnungen salben, samt allem, was darin ist. Und du sollst sie heiligen, samt allen ihren Geräten, damit sie heilig sei. Nochmal, Gott sagt, du sollst es machen, wenn du das jetzt gesalbt hast, dann ist das heilig. Ich kann dir das vorstellen, was da alles in diesem Zelt war und jede Kabel, jeder Löffel, alles musste gesalbt sein. Und du sollst den Brandopferaltar salben mit allen seinen Geräten und den Altar heiligen, damit der Altar hochheilig sei. Du sollst auch das Becken salben, damit sein Gestell und es heiligen. Und du sollst Aaron und seine Söhne vor den Eingang der Stiftzeiten führen und sie mit Wasser waschen. Und bekleide Aaron mit den heiligen Kleidern und salbe ihn und heilige ihn, damit er mir als Priester diene. Auch seine Söhne sollst du herbeiführen und sie mit dem Leibrücken bekleiden. Und du sollst sie salben, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir als Priester dienen. Und diese Salbung soll für sie ein ewiges Priestertum bedeuten, für alle ihre Geschlechter. Und wenn Gott spricht, dass für sie soll es ein ewiges Priestertum bedeuten, das heißt für die ganze Zeit, für alle Generationen soll es hochheilig sein, was hier Moses getan hatte am Eingang der Stiftzeiten. Und es war damals sehr wichtig für das Volk Israel zu wissen, was ist heilig und was ist nicht heilig. Die Söhne Aarons wurden jetzt gesalbt und sie waren als Priester damals, sie dienten und da konnte kein anderer Mensch reinkommen und sagen, ich bin jetzt dieser, der Gesalbte, nur die, die jetzt Aarons Nachkommen waren. Die konnten in der Stiftzeiten dienen, die konnten das tun, was Gott gesagt hat, ihnen zu tun. Also es war, die waren die Gesalbe des Herrn oder das Eigentum Gottes. Nochmal die Salbung, es nimmt Menschen raus aus dieser Welt und stellt sie auf die Seite Gottes und Gott sagt so, die Gesalbte, die sind meine Kinder, die sind unter meinem Schutz, ich habe sie für mich erwählt. Wir wissen aber auch in der Geschichte der Bibel, dass Gott oft, er schickte die Propheten und die mussten drei Gruppen von Menschen salben. Die Könige, die Priester und die Propheten, okay? Könige, Priester und die Propheten und auch die hohen Priester. Die dritte Gruppe, aber die war ganz normal durch Mose jedes Mal oder durch das Aarons Segen, sind immer unter dem Schutz, unter Salbung gewesen, aber vor allem die drei Gruppen, Könige, Priester und Propheten. Und der erste König war Saul und ihn musste Samuel salben. Und er war der erste König in Israel, aber wir wissen aus der Geschichte, er hat seine Königswürde verloren mit seinem Stolz und Eifersucht. Die Salbung zeigte nur den geistlichen und der physischen Welt, dass dieser König Gott geweiht war und dass Gott eine besondere Gnade für diesen Menschen hatte. Aber meine Lieben, die Salbung schützt vor der Sünde nicht. Und das ist so wichtig heute zu wissen. Die Salbung wird dich nicht schützen, wenn du auch gesalbt bist, wenn du auch von Gott erwählt bist, wenn du ganz genau weißt, mein Name steht im Himmel angeschrieben, es ist nicht gesagt, dass wir abgesondert sind, ja, nicht gesagt, dass wir nicht fallen können, es ist nicht gesagt, dass wir nicht sündigen können, es ist nicht gesagt, dass wir irgendwelche Dinge nicht tun werden, die Gott verabscheut. Und das war so beim König Saul. Der erste König wurde gesalbt, aber er konnte wirklich das nicht befolgen, was Gott ihm beauftragt hatte. Und darum, er hat gesündigt. Die Salbung ist, in der Gegenwart Gottes zu leben. Mit anderen Worten, wenn ich heute ausdrücken darf, das so richtig, in der Gegenwart Gottes zu leben. Ständig. Ein Gefäß, das der Vater im Himmel so gerne für dich oder für sein Reich gebrauchen kann. Ein Gefäß sein, damit da reines Salböl weiterfließen kann. Das Evangelium ist uns aus Gnade geschenkt. Als Geschenk, wirklich. Wir können es abholen, jederzeit. Das Evangelium von Jesus Christus ist uns geschenkt, uns gegeben worden. Wir können sagen, ja, ich darf zu Jesus kommen, meine Schuld und Sünden ablegen. Ich darf frei sein. Ist kostenlos für dich, für Jesus nicht. Ist kostenlos für mich, für Jesus nicht. Jesus hat den teuren Preis bezahlt. Aber wir dürfen kommen und abholen. Wir dürfen das abholen, was heute uns geschenkt worden ist. Wir können sagen, Jesus, ich bring dir meine Schuld und Sünden. Bitte vergib. Die Salbung aber, meine Lieben, für die Salbung müssen wir einen hohen Preis zahlen. In dieser Welt. Für die Salbung müssen wir einen Preis zahlen, wenn wir im Reich Gottes als treu Diener wirklich erfunden sein wollen. Für die Salbung musst du deinen Preis zahlen. Muss ich meinen Preis zahlen. Es ist nicht einfach so. Wir können nicht einfach so leben, gesalbt und tun und machen, was wir wollen. Die Salbung hat einen hohen Preis. Und da will ich jetzt Stück für Stück mal angehen, was das uns bedeuten kann. Wenn wir das Leben von vielen Männern und Frauen anschauen, die im Reich Gottes was getan, gemacht haben. Wie sie in der Kraft und der Salbung Gottes gewirkt haben. Und dann wissen wir, dass ihnen es etwas gekostet hat. Oft die Verfolgung, die Einsamkeit, Spott und viel Not. Es war immer so. Es war immer so in dieser Welt, dass wenn Menschen gesalbt waren, sie waren immer verfolgt. Sie waren immer unter wirklich Dämonischen, wirklich unter dem Hass. Dämonen, die hatten viele Intrige gebaut. Es war immer so. Und ich habe so viele Geschichten aus der Bibel und viele Geschichten aus der Christenheit, wie die Menschen da in der Salbung lebten, was Gott durch sie getan hat. Und es war immer eine Zeit, wo sie in der Verfolgung oder in der Einsamkeit lebten. Ein junger Mann, der mich immer wieder begeistert. Und wo ich vor vielen Jahren schon von ihm gelesen habe. Dieser Mann, der begeistert mich sehr. Er heißt, er lebt heute in der Ewigkeit, David Breinert. Er lebte vor 300 Jahren ungefähr in den USA. Ein junger Mann. Sein Vater ist gestorben, als er neun Jahre alt war. Seine Mutter, als er 14 Jahre alt wurde, ist seine Mutter gestorben. Er war ganz allein in dieser Welt. Aber er liebte Jesus. Er wollte ihm dienen. Und mit 20 Jahren hat er sich für Jesus wirklich entschieden. Und dann ging er zur Bibelschule. In diesen Zeiten waren schon Bibelschulen. Jonathan Edwards war damals auch, wer ihn kennt, wer von ihm gehört hat. Wirklich sehr, sehr gesegnet. Man hat viel im Reich Gottes getan. Ein Reweckungsprediger. Und da, er ging zur Bibelschule. Aber in dieser Bibelschule, wo er war, waren die Theologen liberal. Die haben bestritten, dass Jesus auferstanden ist. Und so viele komische Dinge, die da gelehrt haben. Und er konnte es nicht. Er wollte Gott wirklich von Herzen dienen. Und er konnte dieses Zeug nicht annehmen, was die gelehrt haben. Damals vor 300 Jahren schon. Und er hat mit ihnen oft, er kam ja in Gespräche und er hat gesagt, das stimmt nicht. Und es geht nicht, so was ihr lehrt. Und er hat immer wieder sie angefangen, die Lehrung sagt, stopp, wir können nicht das Lehren. Und irgendwann wurde er rausgeschmissen von der Schule. Nach einem Jahr, weil er passte ihnen nicht. Aber sein Herz brannte so für Jesus, für die Mission. Und er sagte, Herr, was soll ich tun? Und dann kam sein Freund und sagte, David, wir haben etwas. Wir wollen zu den amerikanischen Indianern gehen. Wir wollen dort das Evangelium predigen. Aber das wird wirklich nicht einfach für uns sein. Du musst in die Wildnis gehen. Und dort zu den Menschen, die überhaupt das Evangelium noch nie gehört hatten. Und mit 21 entscheidet er sich, in diese wirklich Wildnis zu gehen. Zu diesen vielen, vielen Indianern, die in Götzendomen und im Okkultismus lebten. Und er geht dorthin. Und er predigt das Evangelium. Er wurde oft abgelehnt, geschlagen, geraubt. Sein Pferd wurde gestohlen. Aber er ging weiter zu Fuß, von einem Stamm zum anderen, von einem Stamm zum anderen. Acht Jahre lang. Acht Jahre lang war er unterwegs. Und er predigt das Evangelium. Keiner hat sich bekehrt. Und er war so entmutigt oft. Und er lag oft tagelang im Wald in Fasten und Beten. In Fasten und Beten. Er sagt, Herr, du hast mich geschickt. Ja, ich will das Evangelium predigen. Warum bekehrt sich keiner? Warum ist es so schwer? Aber er zahlte den Preis. Und eines Tages bekehrte sich sein Dolmetscher und seine Frau. Und die ließen sich taufen. Und das war das Erste. Die Erste, die sich bekehrt haben damals. Und dadurch kam die Erweckung in einen Stamm. Und dann in den anderen Stamm. Und in den dritten Stamm. Aber er war so krank schon. Er bekam Tuberkulose. Wer oft unter dem freien Himmel, unter dem Regen und Schnee geschlafen hat. Nach acht Jahren ist er gestorben. Er sah die Erweckung nicht. Er sah nicht die große Erweckung damals. Er hat nur gebetet und gehofft. Aber was nach ihm passiert ist. Tausende von Tausenden kamen zum Glauben. Durch diesen Mann. Aber er musste den Preis zahlen. Er musste den Preis, den hohen Preis zahlen. Sein Leben. Seine Gesundheit. Und sein Leben. Durch Emma, mein Lieben. Jeder Erweckungsprediger oder jeder Mann oder Frau Gottes in dieser Welt. Wie wir die Geschichte von diesen Menschen kennen. Die haben Emma den hohen Preis zahlen müssen. Jesus ist der Erste, der der hohe Preis für uns bezahlt hat. Der sein Leben gegeben hat. Er, der Mann Gottes. Der vorausgesagt worden ist schon im Alten Testament. Er hat den Preis bezahlt. Die Salbung fließt nur auf die Menschen, die heute bereit sind, den Preis zu zahlen. Und die ein zerbrochenes Herz haben. Was bedeutet die Salbung für uns im Neuen Testament? Wir wollen mal zu allerst, wie gesagt, auf diesen schauen. Auf Christus, der Messias heißt, der ersehnte Messias. Er wurde vorausgesagt von vielen, vielen Propheten schon. Dass er kommen wird und dass er wirklich sein Volk retten wird. Dass er der Gesalbte Gottes sein wird. Der Messias heißt hebräisch Gesalbt. Christus heißt griechisch der Gesalbte. Und er, der Jesajas, schreibt, dass er kommen wird. Jesaja 61, Vers 1 bis 2. Da lesen wir, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Das sind sieben Punkte, die ich aufgezählt habe. Für mich sieben Punkte, die der Messias tun sollte, als er kommen wird. Und das Erste, was hier Jesaja sagt und schreibt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Er selbst sagt, das ist, weil der Herr mich gesalbt hat. Und das ist das, was ausgemacht hat in seinem Dienst. Er war der Gesalbte. Er war der Ersehnte mit Christus. Und Gott wollte ihn gebrauchen. Aber zuerst musste die Salbung kommen. Ohne die Salbung konnte er nichts tun. Und der Salbung, er war ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Er lebte 30 Jahre, damals in Nazareth. Und er war ein ganz normaler Schreiner oder ein Bauer. Wir wissen nicht genau, was er da gebaut hat mit seinem Vater. Oder wie auch immer die Geschichte uns da erzählt. Aber bis 30 Jahre war er ein normaler Mensch wie du und ich. Genauso Hunger gehabt, genauso schlafen wollte, genauso unterwegs war. War ganz normal. Aber als er am Jordan sich taufen ließ, als der Geist Gottes nochmals auf ihn kam. Er war schon im Mutterleib gesegnet und gesalbt. Aber als der Geist Gottes in mächtiger Weise auf ihn kam. Und Gott sagt, dieser ist mein auserwählter Sohn. Und auf ihm habe ich, oder an ihm habe ich mein Wohl gefallen. Und er wurde gesalbt. Da haben die ganze Menschheit, die da um ihn herum standen, die sahen, die Salbung Gott. Also wie eine Taube kam auf ihn. Und ab da war dieser Mann nicht mehr der einfache Mann, der in Nazareth jetzt wieder Schreinerei hatte. Nicht nur irgendwelche Dinge, sondern er war der Mann, der gesalbt wurde. Und er konnte gehen. Er konnte gehen und Menschen diese frohe Botschaft weiterzugeben. Das, was er getan hat, ist übernatürlich gewesen. Übernatürlich. So viele Menschen sind Tag für Tag ihm nachgefolgt. Sie wollten hören, was er sagt. Seine Worte sind ganz anders gewesen. Seine Predigten sind mit Macht und Vollmacht wirklich ausgestattet gewesen. Die Pharisäer, die waren neidisch auf ihn, weil er präte mit Vollmacht. Weil er der Gesalbte Gottes war. Er konnte die übernatürlichen Werke Gottes tun, weil er gesalbt war. Es war die Salbung, die auf ihm wirkte, übernatürlich. Können wir heute auch die Salbung Christi in oder auf uns haben? Wir fragen uns. Jesus sagt so oft in seinem Wort, dass wir ihm gleich sind. Und das hat mich oft mein Leben lang irritiert. Wie können wir heute Christus ähnlich sein? Was sollen wir tun, dass wir Christus ähnlich sein werden? Wir streben. Wir haben vielleicht jeden Montag versuchen wir. Okay, jetzt mache ich die. Tue ich das nicht mehr. Jetzt geht den Weg. Jetzt werde ich die Bibel vielleicht drei Stunden lesen. Habe ich 15 Minuten gelesen. Oder ich werde vielleicht zehn Minuten beten, wo ich eine Minute gebetet habe. Ich will was tun. Ich will Gott dienen. Ich will mein Leben. Und immer wieder sehen wir, wir kommen an unsere Grenze. Wir kommen nicht weiter oft. Und unser Leben gilt, wenn wir zurückschauen. Was haben wir in unserem Leben viel erreicht? Wenn wir eigentlich die Kraft Gottes auf uns haben dürfen, dann sollen wir auch die Werke Gottes tun. Dann sollen wir auch so leben. Dann sollen wir auch die Dinge tun, die Jesus getan hat. Aber manchmal frage ich mich, Herr, warum, wieso kann ich das nicht tun? Warum habe ich so viele Fragen? Warum sind die Dinge da? Warum sind die Streitigkeiten da? Warum sind die komischen Dinge in der Gemeinde? Warum? Aber die Bibel sagt, dass die Salbung auf uns fließen darf, fließen kann. Wenn wir die Liebe Gottes in unserem Leben aufgenommen haben, bekommen wir das wertvollste Geschenk. Das wertvollste Geschenk. Wir bekommen den Heiligen Geist. Er ist in uns. Er kommt in uns hinein. Nein, mein Lieber, der Heilige Geist, wir bekommen nicht jetzt 5% von ihm oder 10% oder 90%. Wir bekommen 100%. 100%. Ist es uns bewusst, dass der Heilige Geist sich nicht spaltet, nicht trennt, nicht auseinander? Okay, dieser Person gebe ich so viel und der andere Person gebe ich so viel. Nein. Er kommt wirklich und gibt alles. Er gibt vollkommen. Er füllt uns mit seinem Geist. Aber jetzt ist das Problem. Wollen wir uns füllen lassen? Verstehen wir, was da in uns oder wer da in uns wohnt? Wir als Kinder des Vaters haben den Zugang zu allen Schätzen des Himmels. Und wir sind wirklich, es ist für uns vorbereitet, für dich und für mich. Bevor die Welt ergründet worden ist, bevor die Welt erschaffen worden ist, hat Gott schon an uns gedacht, dass wir in diesen guten Werken gehen werden und dass wir in seinem Geist oder unter seinem Schutz und Salbung gehen werden. In 2. Korinther Kapitel 1, Vers 21 und 22 lesen wir, 2. Korinther 1, Vers 21, 22. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Also er hat uns gegründet und gesalbt. Es heißt, als wir zu ihm gekommen sind, er hat uns fest mit seinem Heiligen Geist verbunden. Jetzt sind wir mit ihm, wir gehören zu ihm. Und die Bibel sagt, wir sind gesalbt. Wir sind Menschen, die unter Salbung Gottes leben. Wir haben die Salbung in uns. Aber jetzt muss die Salbung wirklich in unserem Leben Auswirkungen haben. Es muss rauskommen aus uns etwas. Warum kommt so wenig aus uns raus manchmal, meine Lieben? Warum können wir Menschen nicht erreichen? Warum können wir Menschen nicht zu Jesus führen? Warum können wir Kranke nicht teilen oft, wie wir oft gebetet haben? Wir können Dämonen nicht austreiben, obwohl da Menschen dämonisiert sind oft. Wir begegnen solchen Menschen. Warum passieren die Dinge nicht so, wie damals bei der ersten Gemeinde? Ich frage mich oft. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was wir brauchen heute. Ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben. Was wir brauchen, was ich und du brauchen, um in der Salbung Gottes heute zu leben. Das Erste, das bleibt immer, ich werde immer darüber predigen. Das Erste und das Wichtigste, das Wort Gottes. Das ist Nummer Eins. Ich kann nie aufhören, darüber zu reden. Das ist das, was wir brauchen, meine Lieben. Ganz ehrlich, schau mal zurück, wie oft hast du deine Bibel in dieser Woche gelesen? Du musst mir nicht sagen, 10 Minuten oder 15 Minuten oder hast du gar nicht gelesen. Was erwarten wir dann? Oder hast du 10 Stunden schon gelesen? Wunderbar. Was erwarten wir, wenn wir das Wort Gottes nicht lesen? Wir haben für alles andere Zeit. Für alle andere wunderbare Dinge. Für unseren Smartphone sowieso. Das ist Nummer Eins. Aber für alle andere Dinge immer Zeit, aber für das Wort. Und das ist so wichtig, dass wir das Wort, das ewige Logos zur Hand nehmen, mein Lieben. Ich bitte dich, nimm das Wort in deinem Alltag. Vielleicht für 10 Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde. Und du wirst sehen, was Gott daraus tun wird. Das Wort Gottes, das ist das ewige Logos, wo er in uns hineinkommt. Wo wir das Wort Gottes wirklich aufessen dürfen. Und das wird arbeiten, weil das ist ein lebendiges Wort. Weil Christus, Christus ist ein lebendiges, er ist das lebendige Wort. Und wir werden ihn lesen, wir werden verändert. Die Salbung fließt, weil er gesalbt ist, weil der der Mischiach Jeschua ist. Sein Wort allein macht uns Menschen zu glauben. Zu glauben. Sein Wort allein, nichts anderes. Nicht gute Predigten, sehr gut, wenn du Predigten hörst. Das ist so wichtig. Nimm das Wort, lies dein Wort. Das Wort kommt in dich hinein und du wirst sehen, was das Wort wirklich in dir neue Dinge bewirken wird. Wir werden jedes Mal, wenn wir das Wort lesen sehen, wie er gehandelt hat. Wie er Menschen geheilt hat. Wie er gesprochen hat. Wie er Dämonen ausgetrieben hat. Wir werden immer wieder neu sehen, wie er es getan hat. Und dann wird es uns einfach leicht sein, auch dementsprechend zu leben. Mein Lieber, es ist so wichtig, dass wir an seinem Wort bleiben. Bleibe an seinem Wort. Lies das Wort. Und von Kindheit schon haben wir wirklich die Kinderbibel. Das ist so schön, wie wir unsere Kinder Kinderbibel schenken. Erinnert, versucht jedem von seinen Enkelkindern schon, gleich wo sie geboren wurden, eine Kinderbibel zu schenken. Schenke deinen Enkelkindern oder deinen Kindern eine Bibel und versuche mit deinen Kindern schon von Kindheit ein Bibelferst zu lesen, auswendig zu lernen. Dass es das Wort in ihnen bleibt. Arbeite mit dem Wort. Tu mit dem Wort etwas. Es ist so wichtig, so wertvoll. Und wenn die Kinder nichts von Gott wissen wollen, dann schreibe ihnen eine Karte zum Geburtstag. Sag, ich liebe dich, mein Liebes. Und ich wünsche dir ein Wort aus der Bibel. Und du wirst sehen, was dieses Wort bewirken kann. Vielleicht werden sie alles vergessen. Aber dieses Wort, das bleibt. Weil das Wort ist lebendig. Das Wort kann man nicht wirklich. Es bleibt. Und darum, wenn wir mit dem Wort arbeiten, das Wort wird früh oder spät ihre Herzen erreichen. Und darum, wenn wir unter der Salbung Gottes leben wollen, wir brauchen das Wort. Ich brauche das Wort. Das Zweite, Gebet. Salbung wird nie auf uns kommen können, wenn wir nicht beten, meine Lieben. Wenn wir nicht beten. Erwarte keine Salbung. Manche wollen, ja, ich bin gesalbt. Ich will jetzt in der Salbung Gottes leben. Es passiert nur dann, wenn wir gelernt haben zu beten. Wenn wir gelernt haben, in unserem Zimmer, in unserem Kämmerlein zu beten. Jeder Mann und jede Frau Gottes, die in dieser Welt unter der Salbung Gottes gelebt haben, waren Männer und Frauen des Gebets. Anders ging es nicht. Anders ging es nicht. Nur so. Wenn Männer und Frauen beteten, passierte was. Nichts anderes verändert unser Leben so wie das Gebet. Ich werde nie aufhören, darüber zu reden. Nichts anderes verändert mein und dein Leben so wie das Gebet. Und dann draußen, drunter und drüber alles geht, mein Leben. Wir wissen, wir kommen ganz nah an die Endzeit. Die Zeit, wo Jesus bald kommen wird. Das Gebet, das ist, was uns durchdringt. Das Gebet, was uns wirklich so sehr nötig ist. Für manche ist das Gebet nur dazugehören im Alltag, morgens am Frühstückstisch oder abends. Oder beim Gottesdienst, mein Lieben. Gebet ist ein ständiges Begleiten Gottes. Ich habe mal von einem Pastor gehört. Er wurde gefragt, ein sehr starker, großer Mann Gottes, sehr gesalbt. Und viele dachten, wow, er betet fünf Stunden pro Tag. Er sagt, nein, ich bete. Ich habe noch nie mehr gebetet als eine halbe Stunde. Aber ich war nie ohne Gebet eine halbe Stunde. Nie ohne Gebet eine halbe Stunde. Und das ist, was ausgemacht hat. Diese Salbung, die kommt. Wir vergessen oft morgens und abends irgendwann. Ja, es war schön, gut, danke, Vater. Aber, meine Lieben, wenn wir ständig im Gebet sind, die Salbung ist da, dann wird auch Gott Menschen uns zuschicken und sagen, du, mein Kind, ich habe für ihn, für diesen Menschen gerade was. Du bist bereit. Du bist unter der Salbung. Sag mal ein Wort. Oder bete für ihn, dass er geheilt wird. Und wenn wir in dieser Salbung heute leben, dann wird es uns ganz normal, alltägliche, normale, natürliche Dinge werden, übernatürlich plötzlich, wenn wir in diesem Gebet in der Salbung stehen. Das Gebet öffnet Segenströme des Himmels und bringt Salbung in unser Leben. Das Gebet. Darum betete Jesus so viel. Darum betete Jesus so viel. Und er wusste, das Gebet ist das Einzige, obwohl er so viel zu tun hatte, jeden Tag. Aber er betete viel in der Nacht. Darum betete Apostel Paulus so viel. Darum betete die erste Gemeinde so viel. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, was da alles passiert ist. Petrus geht einfach um Gehwerk. Da sind die Leute, die Allkranke und sein Schatten fiel und sie wurden gesund. Amen. Warum? Ist Petrus anders als du und ich heute? Nein. Weil er in dieser Beziehung zu Gott lebte. Er konnte vielleicht für diese alle Menschen nicht mehr beten. Er ging dann vorbei. Es waren so viele. Er ging vorbei und die wurden gesund. Sein Schatten fiel auf sie. Und die wurden gesund. Weil die Salbung floss. Weil er mit Gott verbunden war. Und darum wusste die erste Gemeinde, was Salbung bedeutet. Und ich glaube, wir, die letzte Gemeinde in der Menschheitsgeschichte, bevor Jesus kommt. Ich glaube, wir müssen das auch lernen. Das ist so wichtig für die Endzeit. Es ist so wichtig, dass wir seine Gemeinde unter der Salbung Gottes heute leben. Wir brauchen Zeit fürs Gebet. Wir haben die Gemeinde Morgengebet und Nachtgebet. Es kommen Menschen zum Gebet. Ich freue mich jedes Mal. An diesem Freitag-Nachtsgebet war wieder so eine wunderbare Gemeinschaft. Einheit im Geist. Wir konnten beten. Wir wissen, der Himmel ist offen. Aber mein Lieben, wir haben noch viele Plätze hier. Es können noch mehr kommen. Es können noch mehr kommen. Alles andere wird vergehen. Aber das, was du gebetet hast, das bleibt. Das kommt an, dort oben im Himmel. Und ich will dir Mut machen. Komm morgens, wenn du kannst. Morgens haben wir Gebet. Oder Nachts Gebet. Das ist so wichtig. Wenn du nicht gebetet und noch nie gebetet hast, komm, sei dabei. Sei einfach dabei und lerne, wie andere beten. Höre, wie andere beten. Das ist so wichtig, mein Lieben, dass wir als Gemeinde lernen, beten. Wir sind in einer Zeit, wo die ganze Welt schon in Wehen liegt. Wir sehen alles. So viele Katastrophen. Kriege überall. Alles, was heute, wie viel Hass, wie viel Spaltungen, was alles heute in der Welt passiert. Da brauchen wir Gebet. Wir Christen wissen, dass wir an dieser Zeit angekommen sind. Und darum versucht der Feind, auch seine Gemeinde zu spalten. Er geht an keiner Gemeinde vorbei. Mit allen Mitteln versucht er, alles zu tun, damit Uneinigkeit und Lieblosigkeit, angehört. Aber Jesus gesagt, meine Lieben. Und das macht mich so froh. Er sagt, die Pforte der Hölle wird meine Gemeinde nicht überwältigen. Egal, was kommen wird. Ich habe schon vieles in meinem Leben erlebt. Und ich weiß, Gott ist treu. Und Gott bleibt treu. Egal, was die Menschen reden. Egal, was die Menschen tun. Gott bleibt treu zu seiner Gemeinde. Und das Dritte. Die Salbung kommt durch Ausharren und Bewährung. Ausharren und Bewährung. Das Erste, das Wort Gottes. Schreib es für dich bitte auf. Ja, halt es fest. Das Zweite Gebet. Und das Dritte, was ich so wichtig für uns sehe, wie wir in der Salbung Gottes leben können. Durch Ausharren und Bewährung. In Römer 5 sagt uns Paulus, Römer 5, Vers 3 bis 5. Ich habe eine andere Übersetzung mitgebracht. Und da sagt Paulus, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt. Weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Zwei Dinge aus diesem wunderbaren, da kann man so viel rausholen. Aber wichtig ist, er sagt, Geduld macht uns innerlich stark. Und es ist eine Bewährung, wenn wir in Kämpfen, in Problemen, in Sorgen stehen, ob wir innerlich zugrunde gehen oder stark werden. Was bewegt mich, was bringt mir Kraft, was hilft mir in dieser Situation, wo ich an die Wand gestellt worden bin oder irgendwelche Dinge oder Krankheit da ist oder irgendwas dich sehr bedrängt. Was macht dich innerlich stark? Ist der Heilige Geist, der da ist in dir und wo du weißt, dass er deine Kraft und dein Schutz und deine Grundlage ist? Oder irgendwelche Dinge, die versuchen, in uns einzudringen und uns irgendwas anderes zeigen. Mein Lieben, das ist so wichtig, dass wir innerlich von Tag zu Tag stärker werden. Wie damals Johannes, der Täufer, gesagt, ich muss abnehmen und der andere, wer heißt er, andere Christus, muss in mir zunehmen. Und es Tag für Tag, wenn wir darin leben. Der Heilige Geist ist uns geschenkt und jetzt ist unsere Aufgabe, wie und was tue ich? Es ist wirklich nicht angenehm, wenn die Sorgen und Probleme wirklich uns bedrängen. Es ist keinem, tut es gut, oder? Tut es gut, gar nicht gut. Nein, wir wollen keine Sorgen, wir wollen keine Probleme in unserem Leben haben. Das ist normal. Unser Fleisch will keinen Kampf. Wir wollen von uns heraus, wollen nicht kämpfen. Unser Menschsein will keinen Kampf haben. Aber mein Lieben, wir sind im Kampf. Gestern war hier eine ukrainische Konferenz. Die Brüder von vielen Gemeinden, die heute in Deutschland leben, kamen nach Freundstadt. Ich habe nie gedacht, dass so viele Pastoren und so viele Leiter von Gemeinden da waren. Das mich so bewegt, dass so viele zusammengekommen sind. Und die haben geplant, wie können wir unser Volk hier in Deutschland erreichen? Das mich so begeistert. Dass sie nicht jetzt mit ihren Problemen und Sorgen da sind und sagen, okay, wir müssen das oder jenes tun. Aber die haben sich Ziele gesetzt. Wie können wir unser Volk, das da in Zerstreuung jetzt ist, wie können wir das erreichen? Wie können wir ihnen die Liebe Christi weitergeben? Und das mich so ermutigt. Aber die sind in Kämpfen und die haben Probleme. Aber eins ist sicher, eins ist wichtig für sie. Wir wollen das tun, was Jesus uns gesagt hat. Und manchmal vergessen wir, meine Lieben, hier in Deutschland, wir als Gemeinde, wo wir sind. Ich habe auch ein kurzes Wort, ein Begrüßungswort ihnen gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, in eurem Land ist Krieg, das ist ganz schlimm. Aber in unserem Land ist auch Krieg. Hier ist auch Krieg. Da wird auch gekämpft. Da wird um vieles gekämpft. Viele Menschen, die sind oft angeschlafen in der Kirche. Aber wir sind im Krieg. Ein geistlicher Krieg ist da. Wir müssen aufwachen, wir müssen aufstehen, müssen dem Feind in die Augen schauen und sagen, so aber nicht. Wenn wir nur gesalbt sind, wenn wir unter der Salbung Gottes stehen, dann können wir es tun. Und dann brauchen wir in dieser Zeit die Salbung wie noch nie. Den Heiligen Geist wie noch nie. Wir sind in den Kampf einbezogen, ob wir wollen oder nicht. Aber lass deinen Frieden und diese Freude am Herrn von dir nicht nehmen. Egal, wie die Kämpfe groß oder klein sind. Egal, was wir in unserem Alltag erleben. Erlaub dem Feind nicht deinen Frieden und die Freude am Herrn dir zu nehmen. Bleibe in diesem Frieden Gottes. Bewahre mit aller Kraft diesen Frieden im Herrn. Egal, was kommen mag. Manche geben schon auf, bevor sie in den Krieg ziehen, meine Lieben. Manche legen die Waffen ab und sagen, nee, ist okay, das ist nicht für mich. Meine Lieben, wir sind nicht diejenigen, die ablegen die Waffen. Unsere Waffen sind nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Amen. Unsere Waffen sind anders. Unsere Waffen sind die Liebe und die Vergebung. Egal, was die Menschen über uns reden. Und ich höre, heute Morgen habe ich gehört, wie Menschen da draußen Böses über mich, über uns reden. Abspenstig machen Menschen von der Gemeinde. Meine Lieben, das ist so schlimm. Was die Menschen auf sich sehen. Das ist so schade. Kippe nicht auf, wenn du heute Morgen schon bedrängt wurdest. Kippe nicht auf. Lass uns an dem festhalten, was Gott uns geschenkt hat. Wenn der Feind kommt und deine guten Pläne zunichtigen macht, bitte bleib in dieser Salbung. Ruhe in dem Frieden. Ruhe in dieser Salbung. Wenn Dinge in deinem Leben passieren, die du nicht steuern kannst und noch Fragen hast, warum gerade jetzt, warum es war so gut und schön. Aber Gott hat den Plan. Er will gerade jetzt dich formen. Er will mich und dich formen, damit wir in diese Salbung Gottes hineinkommen, damit wir gebraucht werden. Meine Lieben, wenn wir so bleiben, kann er uns nicht gebrauchen. Wenn wir nur an uns denken, an unseren schönen Gottesdienst, wir sitzen, zwei Stunden nach Hause gehen. Wenn wir nicht in den Kampf reingestellt werden vom Feind oder von Gott, spielt keine Rolle. Wichtig, dass wir verstehen. Manche Dinge verstehen wir nicht. Verstehen aber, dass wir in dem Schutz Gottes stehen. Und das ist Salbung auf uns. Ich will dir heute Morgen sagen, die Salbung fließt auf dich, wenn du dann, wenn du nicht aufgibst. Wenn du dran bleibst. Wenn du deinen Fokus auf den gerichtet hast, der über die Maßen dich sehen möchte. Der über die Maßen wirklich bei dir sein will und dir alles geben. Wenn wir den Fokus nicht verlieren. Wenn wir nicht auf die Menschen schauen, sondern auf den, der unser Ratgeber ist. Jeder Gebetskampf für das Reich Gottes macht uns zu starken Überwindungen. Und ich komme zum letzten Wort aus der Bibel. Johannes 1, 1. Johannes 1, Kapitel 2, Vers 27. Da sagt uns Johannes ein Wort. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern so, wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. So einfach, was hier Johannes uns sagt. Die Salbung ist in uns. Wir haben sie empfangen und sie bleibt in euch. Der Heilige Geist wird nicht von dir gehen, von mir, wenn wir in ihm bleiben. Er wird nie gehen. Er ist da. Er hat gesagt, er wird uns in den Himmel reinführen. In den Himmel rein. Und er ist da. Aber er sagt, sondern wir sollen uns lehren lassen von ihm, wie er lehrt. Und das macht uns zu Menschen des Glaubens. Und das macht uns zu Menschen, die Überwohnung haben. Such jeden Tag in dieser göttlichen Salbung zu leben. Suche. So wichtig. Denn sie lehrt uns zu leben und sie lehrt uns zu kämpfen. Und der Kampf ist eigentlich schon Christus vollkommen für uns entschieden. Und das macht mich so still. Der Kampf ist schon für uns entschieden. Kannst du Amen sagen? Er ist schon für uns. Weil Christus hat sich für uns entschieden zu sterben. Mit seinem Tod hat er alles getan. Und es ist unsere Aufgabe, in diesem Christus Schritt für Schritt zu gehen. Diese Salbung auf uns jeden Tag zu spüren. Und in der Salbung zu leben. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde. Das ist die Aufgabe von jedem einzelnen Christ. Und da wollen wir gehen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns bitte aufstehen noch zum Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du so gut mit uns meinst, dass du so vieles uns in deinem Wort hinterlassen hast. Und vor allem, dass du uns abgesondert hast. Dass du uns geheiligt hast. Durch das Blut von Jesus. Dass wir geheiligte. Dass wir erlöste Menschen sind. Dass wir auf die Seite gestellte sind. Von dir. Und du hast uns gesalbt mit deinem Heiligen Geist, der heute in uns wohnt. Und er führt und leitet uns Tag für Tag. Danke, Geist Gottes. Wir lieben dich so sehr. Wir wollen mehr und mehr mit dir Gemeinschaft haben. Wir wollen, dass du uns lehrst und fühlst. Denn die Salbung, sagt dein Wort, ist in uns. Und die Salbung wird uns lehren, was wir zu tun haben. Und ich bete, Vater, dass du jeden Einzelnen von uns auch morgen, wenn wir im Alltag stehen und mit vielen Fragen da sind, dass du jeden Einzelnen durch deine Salbung lehrst, was jeder Einzelne zu tun hat. Damit wir dir nahe kommen. Damit wir in deinem Lichte leben. Damit wir wirklich dich in uns tragen. Hinaustragen. Diese Menschen da, die mit Hoffnung wirklich und mit Sehnsucht nach dir oft leben. Und wissen nicht, wer ihnen diese Hoffnung gibt. Wer ihnen diesen Frieden schenkt. Vater, du hast es uns gegeben, damit wir es weitergeben. Lass uns nicht geizig sein. Umgekehrt, lass uns freigiebig sein. Lass uns weitergeben. Die Salbung teilen mit Menschen, die es wirklich nicht haben. Die heute im Schmutz, im Dreck leben. Die dich brauchen, Vater. Ich danke dir, dass du jedem Einzelnen von uns auch in der kommenden Zeit zeigen wirst, wie wir als Überwinder in dieser Welt leben können. Wie wir als Überwinder sein können, damit dein Liebe durch uns fließen kann. Vater, wir erheben deinen heiligen Namen. Wir loben dich von Herzen und beten dich in unserem kostbaren Heiland Jesus Christus an. Danke dafür. Amen.